Richtig dicke Dings oben rechts, wird mir halt angezeigt, dass jemand eingeladen ist, aber diesmal nicht. Vor allem, ich hab gar nicht so drauf geachtet, wie es mit der Faction War steht. Es ist einfach, Ritter haben gewonnen, Gewickinger, Ritter, Wikinger. So, wer gewinnt jetzt das fünfte? Also, wir haben gewonnen. Ne, das vierte... Und ein herzlich Willkommen mit mir, Hilda Stefan, bei einer weiteren Folge von For Honor mit dem... Mit dem lieben Jan, hallo. Genau. Erzähl mal, Jan. Was haben wir jetzt? Wir spielen jetzt erstmal eine Runde Dominion, würde ich mal sagen. Was ist denn Dominion? Dominion ist einfach der 4 gegen 4 Zonen Modus, den man hier schon oft auf dem Channel gesehen hat. Ich glaube, mit deinem Lieblingsspielmodus. Genau. Ob ich verkacke oder ablose, ist genau das gleiche. Und es gibt auch neue Rüstungssets, wie man jetzt an unserem Kensei schön sehen kann. Ja, das war nämlich letzte Woche, vor ein paar Wochen oder sowas, im Warriors Den, das ist halt von den Entwicklern, da stellen die halt ihre neuen Sachen vor. Gibt es jetzt neue Rüstungssets und da kennst du ja zum Beispiel eins davon an. Da gibt es, sag ich mal, bei der Keith Pieperin, sieht man jetzt, kann man das ganze Gesicht sehen. Bei Nobushi kann man das ganze Gesicht sehen. Bei Conqueror, beim Wächter und auch bei Shogoki kann man auch Teile des Gesichts sehen. Mein lieber Lawbringer ist immer noch, man weiß nicht, wie der darunter aussieht. Er ist immer noch ein komplett ein Dichtheld, der Helm. Ja, vielleicht bist du einfach wie Deadpool, du bist einfach podhässlich, du bist ins Feuer gefallen. Ich weiß nicht, ich würde mich ja als den Tachanka aus vorne bezeichnen, weil ich auch nur so einen Helm mit so einem kleinen Schlitz drin habe. Aber man sieht nicht, aber man sieht nicht mal meine Augen, weil Tachanka sieht mir wenigstens die Augen. Na, vielleicht hast du blaue Augen. Oder du bist einfach viel zu schön und keiner darf sich in dich verlieben. Oder vielleicht habe ich auch einfach nur so Augen, so wie Modulter. Oder du bist Chinese. Digga. Der spricht Latein, er ist kein Chinese. Ja, hm. Die Hoffnung steht zuletzt, mein lieber. Ich kenne sogar Deutsche, die Englisch sprechen. Ist halt die Hauptspar. Ah, nein. Aua. Oh, Gott. Grundvoraussetzungen für alles. Ah, Spaß. Wie bist du hier hingekommen? Einfach sterben. Nein. Also, wenn du schon verkackst bei denen, muss ich mir echt Sorgen machen. Oh, was habe ich gesehen? Ey. Stop right there. Oh, fuck. Oh nein. Au. Bam. Au. Thanks. Der hat mir so halb das Leben gerettet. Oh, hier ist schon wieder so ein scheiß Weep. Hallo. Hallo. Nein. Ah. Ah. Au. Nein. Ach, Mann. Ja das war echt gut von der Seite. Er hat mich erst runtergeschubst und dann hat er mich von der Seite angegriffen. Schade, Schokolade. Jetzt habe ich Hunger auf Schüssel. Bei Zone A sind zwei Leute. Ja. Du bist tot? Woran? An zwei Leuten? Ich weiß gar nicht. Die Wächterin glaube ich, aber bin mir nicht sicher. Ich gehe auf jeden Fall wieder zu Zone A. Ich glaube, jemand geht zu A und ich kann nicht sprinten doch jetzt. Ich hab halt gemerkt, ich muss frühstücken. Oh. Wir müssen mit dir auf dem Alter scrappen. Oh ne. Ja komm wir sofort. Ah. Eben noch die Exekution und dann quit dich. Okay. Was? Was? Ich bin dann jetzt wegschütteln. Okay. Sorry. Ach man. Arschloch. Ah ja. Ah. Das war unser Kopf. Ach man. Ach man. Ach. Hä-hä. Hä-hä. ach mein gott wieder von beiden seiten was ist das denn jetzt schon wieder beide gekillt und weiter geht's ja die sind nicht so gut hatte ich ja glück gehabt aber wir kriegen das auch allein auch wenn jan als bot jetzt ersetzt wurde und glaube ich kann ja sein dass er gerade wieder kommt ich versuche mich mal ganz gut zu heilen aber der hübsch komm ich ja schon wieder ging durch nicht fallen nicht fallen ja man nannte ihn weiß ich gerade selber gar nicht wer das war jetzt hier braucht ja gerade hilfe was ach man das war mein killmann da kann man sich echt manchmal aufregen aber nein 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 heute mal nicht hier ich war manchmal echt hier pimpernikeln solchen angriffen was ich ein bisschen blöd finde dass mein einländer sehr langsam ich wurde gestoppt und mila d ich glaube ich stimme mal die d gruppe da war schon mal einer da kann man ja wie konnte das denn ausweichen war man jetzt muss ich aber ein bisschen auf was ich habe verteidigt mein gott was ist das für ein typ man manchmal geht das einfach durch und ich war nicht hier wir schnappen uns mal zählen oh da kennt gerade jemand nicht so wie der geil ist aber er wird gerade aufgehalten aber dann ist das ganz gut läuft doch mal schneller ja ja mache ich fertig da hatte ich jetzt wirklich keine chance jetzt ist es mein vorteil Ah, er macht bis zu uns wieder fern, ey. Sehr schöner Kampf. Ah, das war wieder mein Killmann. Mann. Ja, genau. Frau. Wenn eine Frau ist, ist es hier noch fragt. Genau. Nein. Okay. Ich würde schon immer tot sein. Aber so ein Tod ist er sehr klar. Ich muss mir das zeigen. Ja, wir müssen doch jetzt langsam machen. Ich bin jetzt wirklich an einem Bot gestorben. Das ist frustrierend. Ich mach den Highlander. Und man hat zickzack. Was? Ach, Mann. Rache ist Blutwurst. Ja, pisst dich doch. Manchmal sind die echt dumm im Kopf. Ja, aber das war auch dumm von mir. Okay, da diskonnect einfach einer. Ich könnte mich kurz mal heilen, aber es ist sowieso nur noch der Highlander da. Das krieg ich von dieser Entfernung natürlich mal wieder nicht hin. Ja, ja. Zieht euch, zieht euch, zieht euch. Heute mal nicht. Nice. Sehr schön. Es war eine erfolgreiche Runde. Mägel, gezwungen, gezogen. Was weiß ich? Wir haben die bezwungen. So formuliere ich das mal am besten. Oh, ich bekam sehr schlechte Belohnung. Und damit verabschiede ich mich von einer weiteren Folge von 4Order. Und Jan verabschiedet sich selber auch von euch jetzt gerade. Bis zum nächsten Mal. Aui.